Haar wie Hanf. Hanf ist mittlerweile ein sehr beliebter Stoff bei den Stoffwindeln. Und zwar ist das meistens eine Mischung aus 55 Prozent Hanf und 45 Prozent Baumwolle. Hanf hat die Eigenschaft, dass die Faser sehr, sehr langsam aufquillt. Das heißt, diese Einlagen oder auch Windeln aus einem Hanf-Baumwollstoff können sehr viel an Feuchtigkeit, an Pipi aufnehmen. Darum verwendest du Hanf auch meistens so, dass du darüber etwas sehr viel schnell Aufsaugendes drüberlegst, wie zum Beispiel in diesem Fall eine Einlage aus einer Mikrofaser. Und darunter kommt dann die Hanfeinlage.